Moin Moin und Willkommen zurück bei einer weiteren Runde Witcher 3. Wir sind ja jetzt einfach fertig mit diesem riesen Map-Teil hier. Ich war mir überlegen, ob ich Pause mache oder nicht. Also letztendlich, ganz Pause wollte ich nicht machen. Ich hätte jetzt höchstens über die Osterfeiertage eine Pause gemacht. Aber ich kriege das zeitlich wahrscheinlich gut gemanagt. So, dass wir auch ohne Pause fortsetzen können. So, wir werden heute nach Skelliger aufbrechen. Gut, vorausgesetzt, das läuft jetzt so einfach, wenn da gleich nochmal eine riesen Questreihe kommt, dann nicht. Man weiß ja nie. Wieso habe ich hier drei Punkte? Ey, ich kann ein Schiff nicht. Oder mit Käpt'n Wolfstein. Nicht dem Käpt'n Wolfstein. Das ist hier, ne? Hallöchen! Schiff ist okay. Segeln wir oder nicht? Dann mal los! Dann mal los. Erst müssen wir was trinken. Auf den Wind, aufs Glück. Und auf meine starke Atropos. Okay. Leiden los! Das kann ja geil werden. Ich habe gerade ein bisschen Angst, wenn er so auf dieses... die Schwerter ran gerufen werden, aber okay. Gleich sind sie weg. Die Schwerter ran gerufen werden. Ich habe gerade ein Schwerter ran gerufen lassen. Die Schwerter ran gerufen werden. Aber nicht so! Nullaby haben wir... Was ist jetzt? Er ist jetzt ein Schwerter-Bar? Aber nicht so! ok brenner schnitzel ok, doch nicht krieg ich jetzt mal schnitzel? ja, nein, krieg ich nicht bam, bam das taumt die alle nicht, ne? ja, ja ok, vielleicht hätte ich mich mal heilen können ich bin noch an Bord das ist schlecht oh, ich bin dabei angekommen immer positiv denken verschwinde oder ich töte dich ich habe keine Angst vom Sterben ok ja, ja meinst du, hat er wohl eine Vereinbarung mit Lugos aber mit Krach? nein hätte er aber brauchen können ausländische Schiffe sind in diesen Gewässern nicht willkommen was ist mit dir? was willst du hier? ich muss eine Zauberin treffen jennifer von Wengerberg sie müsste auf Arz-Gellig sein in Kehr-Trolde gibt's eine Hexe Krachs Gast vielleicht ist sie es, die du suchst höre ich da einen Anflug von Verachtung gute Ohren die Leute sagen, dass diese Hexe Krach um ihren Finger gewickelt hat wiegt noch jeden kommandiert jeden herum gemein ist sie dabei wie es für Hexen üblich ist du hast sie gesehen? weißt du, wie sie aussieht? ja, schwarz-weiße Kleider wären nicht ihre Titten sähe sie wie ein gestrandeter Wal aus auch die, die eine Frau in ihr sehen würden sie am liebsten wieder zurück ins Meer schubsen titten oder nicht? jennifer ist nicht so übel wenn du sie einmal kennengelernt hast ich nehm dich beim Wort du kennst den Weg nach Kehr-Trolde? ich finde ihn schon einfach den Schildernbrotten geh nach Norden dann nach Westen zur Bucht bevor du zur Brücke kommst du findest den Jarl heute im Hafen deine Zauberin müsste auch da sein danke mach's gut cool äh, aber jetzt finde ich hier looten ähm kommt direkt ein paar Draconoiden oder was? gib her, gib her gib, gib, gib hier sieht ja witzig aus ok muss ich mal aufpassen mit dem Motivator so komm 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 nicht getroffen gut dann renne renne ach, nicht auf die da ist ok Girald die sehen ja witzig aus ok so hässlich war sie jetzt nun auch nicht so viel gutes Zeug also auf jeden Fall haben die Entwickler jetzt nicht unbedingt Probleme mit nachten Brüsten ne man wird damit in diesem Spiel ja irgendwie zugeschmissen ein Sirenenversteck ich muss es zerstören oh machen wir doch überlegene Katze ok dieses nicht beschrift macht mich wahnsinnig hier eine fliegende Sirene also insgesamt interessantes Konzept Oh, darf ich jetzt looten? Ja, ne ok einfach alles voll mit Loot da braucht es doch noch Blutmosen, ne ja ähm aber kommen wir mal zur Sache wir sind auf der Suche nach hier ne dass dass ich hier direkt wieder über sowas stolpere naja war natürlich irgendwie klar aber geplant war es trotzdem nicht so wir gehen aber trotzdem zu Fuß ist egal ob du da bist oder nicht weil da kann ich etwas mehr von dieser Map erstmal in mich aufnehmen gut ich bleibe trotzdem nicht mehr auf dem Weg also letztendlich nimmt sich das dann auch nichts mehr wir werden früher oder später auch noch über ein Anschlagbrett stolpern und dann werden wir eh wieder mit Fragezeichen zugeschmissen frohe Schnellreise ach wie schön hallo Boote ich wusste dass er sein Langschiff nie fertig kriegt wenn er sich ständig voll aufn lässt keine Ahnung von wie man da redet moin Jungs und Händler boah hast du Gewinnkarten etwas für die Tochter Silberohrringe vom Festland vielleicht du da du da du da komm und sieh dich um doch nicht doch hallo willst du was kaufen klar Gewinnkarten zeig mir deine Waren Reiseführer ach komm gib her oh du nimmst dafür jetzt eine Menge von meinem anderen Scheiß bestimmt oder ja nicht dass ich zu viel Geld ausgegeben habe vor allem gibt das mal wieder ein bisschen Platz im Inventar hier hast du kein Geld mehr was frech oh erst pleite wiedersehen so jetzt haben wir Reiseführer gekauft ja gut Leute das tut mir jetzt ein bisschen leid dass ich euch ein bisschen verstöre mit meinem Drang nach Loot aber ja ich werde in Zukunft darauf achten dass ich dabei nicht gesehen werde festglaubt wird selig so darf ich jetzt weitermachen danke das ist ein ruhiges doch siehst krank aus finde ich wo aber hier gibt es aber auch ordentlich was zum Looten ne so folgen wir den Weg da ist der nächste Händler hast du Gewinnkarten oder ich gebe ihm noch mehr von meinem Plunder das ist noch mehr Reiseführer lasst mich doch erst mal die Reiseführer lesen die ich habe mach mir das doch mal so rum Inventar falsch falsch da wo sind die Reiseführer da ach Gottchen das sind aber große Texte kann das sein ja ja gut das macht es jetzt gerade ein bisschen schwieriger aber wir nehmen einfach mal den ersten und verleihen ihn welche Jahreszeit eignet sich für einen Besuch auf Art Skelliger am besten jede wem ist eine solche Reise zu empfehlen jedem der das Abenteuer sucht fantastische Aussichten wünscht und idyllische Dörfer schätzt ja Ausländer werden auch so gar nicht gesehen hier letztere beherbergt Art Skellig in großer Zahl sie ist die am dichtesten besiedelte Insel des Archipels was freilich nicht heißt dass man dort keine Urwälder und unberührten Gegenden fände besonders sehenswert sind die Dörfer Ranweig Arinbjorn und vor allem Holmstein dessen Hafen zu den wichtigen dicksten Inselgruppen gehört wer das Glück hat die Seereise nach Arinbjorn antreten zu können dem fällt sicherlich der majestätische Leuchtturm ins Auge von dem die Schiffe sicher in den Hafen geleitet werden der berühmte Jarl Skjordal hat ihn errichten lassen er gehört zu den besonderen Sehenswürdigkeiten der Insel und bietet eine atemberaubende Aussicht auf die gesamte Region den spektakulärsten Blick hat man auf Art Skellig jedoch auf der Felsenfestung Kea Trolde die in den Berg über der Bucht gehauen wurde und Heimatstadt des Clans von Krait ist der Legende nach hat Gimdja mythischer Held von Skellige und Gründer des Clans an Krait die Festung mit bloßen Händen in den Fels geschlagen So jetzt will ich hier nochmal Ich will nochmal nach den Reiseführern gucken Wenn er jetzt schon lesen ist alles gut Lesen Ja so ein Grau unterlegt Perfekt Aber ich kann dir noch einen Schrott geben oder? Ich meine ich hab so viel Ich hoffe einfach dass ich es nicht bereuen werde und dann ist gut Das geht mir Ja ist ok Meine Muschel behalte ich Die lass ich beim Spiel ein bisschen auffübschen und dann ist gut Wiedersehen Wiedersehen In die Richtung Eine Erscheinung oder? Was chillt die denn da einfach auf dem Weg? Ja ok Dann mach ich es halt so Hier Blitzding sieß Puff Hier sind noch Mondgegner Aber unter mir Aha Wollte ich nicht die Quest machen? Hm Ist doch immer wieder das Nehme mit mir Was ist hier? Das ist cool Ja ok Mal wieder hoch Aha Oh ein großer Wunschstein Sehr schön Äh Hopp Warte hoch Irgendwie spüre ich Hexerausrüstung Bietet sich doch an mit so einem Höhlenkonstrukt hier Oh gut Hätte auch tödlich sein können Auf jeden Fall guter Loot Das Ich puste es mal an Ne man Beziehungsweise Ich glaube Ich könnte mehr auf Erscheinung tippen hier Ach Nach der Scheinung Kommst du hier rüber? Bist du so nett? 25er Nachterscheinung Und Meine Mein Alternativmodus Regelt das von alleine Ich finde es geil Damals Wisst ihr noch Als ich Sorgen hatte Mit den Erscheinungen Ich lasse das mal drin Oh Das Was 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 Warte mal Ich hab wieder zu schnell geklickt Was war das? Tagesstern Bonusgold Ok Wieso ist hier so viel Alkohol in dem Grab? Da könnte man auch genauso gut fragen Wieso nicht? Und wieso sind hier so viele Tote Erscheinungen? Hä? Die werden ja nicht an Altersstörche gestorben sein Achso Die Pilze Ja Passt schon Noch eine tote Erscheinung Hä? Also ich war's nicht Ewiges Feuer Henkersrüstung Ja toll Schön fürs ewige Feuer Ich mag das ewige Feuer nicht Rotes Schwein Und hier geht's einfach wieder raus Ein Geist Wir werden alle sterben Schwachsinniges Weib Hast du je einen Geist so laut schlurfen hören? Das ist ein Mann aus Fleisch und Blut Ich hab das Gefühl Ich krieg jetzt eine Hexer-Quest Die ich schon erfüllt habe Ich erkundete nur den Tunnel Auf der anderen Hügelseite Was macht ihr hier? Wir schneiden Nägel Nägel? Den Leichen Weißt du nicht? Erscheinungen bauen Ihr verfluchtes Langschiff daraus Und ihr wollt ihnen Den Nachschub abschneiden? Das würden wir Wenn wir in die Gruft kämen Aber es sind Geister darin Würdest du dich darum kümmern? Erledigt Ich bin da unten ein paar Monstern begegnet Hab mich schon um sie gekümmert Danke für deine Hilfe Weiß Haar Wir werden Freya ein Opfer In deinem Namen bringen Nicht trotzdem Geld? Wow Das Zeitquest erledigt Schon wieder nebenbei Oh man Ist ja mal wieder typisch, oder? Ah Herrlich So Ich hab keine Ahnung Woran die ganzen Geister Da gestorben sind Die große Nacht der Scheine Gut Das waren wir Aber sonst Naja Mal gucken Über was wir noch alles stolpern Ach Er hat drei Becher Herzstopper Und eine Flasche Schnaps Hier waren wir eben erst Wir sind aber im Kreis gelaufen Oh Entschuldigung Ist okay Hupsi Aber ich find's geil Dass er eine Dialogoption hat Und dann sagt Ja, ich hab die Tunnel von der anderen Seite erkundet Das hab ich mir schon so bei einigen Sachen gedacht Das ist richtig geil, finde Dass die Diese ganzen Sprüche mit aufsynchronisiert haben Und quasi eine Abhängigkeit dazu Aber Was der Spieler bis jetzt getan hat Also es ist wirklich sehr dynamisch Das find ich Echt angenehm Ich mag Umarmungen Aber irgendwie bist du kein Schneemann Ich bin ja auch nur kurz abgebogen Weil ich auf eine Schnellreisestation hoffe Dann guckt euch das mal an hier Boah, wie gut ist die Ecke denn hier? Boah Also ich glaub, Skellige könnte mir sehr gut gefallen Ich hab versehentlich Die A-Taste gedrückt Ich weiß nicht Also ich glaub, ich hab nichts mitgenommen Aber Falls eine Wache fragt Das war ein Unfall Oh, 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 oh Anschlagbrett Anschlagbrett Oh Warte, Händler Händler Hast du Karten? Hallo Windkarten Zeig mir deine Waren Hm Nicht so spektakulär Bis dann Wiedersehen Äh Anschlagbrett Tradition, ne? Das erste Mal an dem Schlagbrett Werden wir mal vorlesen Strafe für Diebe Unseren Wachmännern Ist eine Gruppe von Dieben In die Hände gefallen Die Schafe gestohlen Und an andere Inseln Verkauft hat Der Ältestenrat Verkündet hiermit Dass ihnen die rechte Hand Abgeschlagen wird Und Runen Die von ihren Tatenkünden Auf ihre Stirn Eingebrannt werden Ja gut Kann man machen Auftrag Das gestohlene Schwert Olaf Leiter der Wache Leiter der Wache von Kehrt Auftrag Geist des Waldes Krieger von Skellige Wenn unter euch Einer tapfer genug ist Dem Geist des Waldes Entgegenzutreten Dem grausamen Unterdrücker Der Einwohner Verlunds So wird er Eine Belohnung erhalten Die für eine Menge Med langt Wir sind nicht reich Aber wir haben Zusammengelegt Und dabei ist ein Hübsches Sümmchen Herausgekommen Kommt nach Verlund Und fragt nach Sven Das ist dann wohl Das Rentier Haben wir gleich Noch einen Christoph Irgendwo Das wäre gut Dich verlangt es Nach Ruhm und Gold Dein Schwert ist scharf Und du fürchtest Den Tod nicht Dann kommt zu Björk Den Bootsbauer Der hat Arbeit für dich Es geht um die Keine Ahnung In der Bucht von Kehrt Reude Sie müssen getötet werden Denn sie haben sich Stark vermehrt Und sind so wild geworden Dass man ihnen Jedes Mal begegnet Wenn man den Hafen verlässt Töte die Bestien Und du sollst Auf den Inseln Berühmt werden Und deine Börse Soll schwer sein Von Gold Okay Ist die glaube ich schon Gwent Ich nehme Gwent-Schüler an Nur Personen mit Disziplin Logischem Denkvermögen Und Lernwillen Besonders Talentierte Sind hochwillkommen Die Schüler müssen Ihre eigenen Karten mitbringen Außerdem suche ich Erfahrene Spieler Als Gegner Und Herausforderungen Damit wir unsere eigenen Fähigkeiten Verbessern können Dich mache ich fertig Faustkämpfe Ach ja Faustkampfmeister Was Gällige Ja gut Das machen wir Stark sein wie ein Seelöwe Schlüpfrig wie ein Aal Und bereit gegen die Äh Bereit Bereit gegen die Besten Anzutreten Komm zum Turnier Und besiege die Mächtigsten Faustkämpfer Der Insel Wallgard von Kea Trolde Einer von Farö und Grimm Arin Björn Zaudere nicht Ruhm und Ehre Sind nur einen Faustkampf Entfernt Ich glaube es sind Drei Faustkämpfe Mindestens Wie bei allen anderen Auch Ich wollte hier Questtechnisch Mal Mainquesttechnisch Hier einmal Den nächsten Punkt Noch erreichen Und Nächste Quest Was gibt's denn Was gibt's denn Bis spät Sie greifen Fischer Ebenso an Wie Krieger Das Meer Spuckt sie Irgendwann Wieder aus Rüstung ruiniert Eingeweide gefressen Nicht so gut Seltsam Gibt es Zeugen Meine Lehrling Rurik Der war auf einem Boot das die Muire Diablen Angegriffen haben Und Toves Mann wurde getötet Sie lebt in der Nähe Ein Stück rauf Sonst fällt mir Leider niemand ein Wer den Biestern begegnet Legt selten Wieder Heile an Klar Gib mir Geld Reden wir zuerst Über meine Bezahlung Etwas zu bescheiden Für meinen Geschmack Glatte 300 Oh Das ist ein bisschen Reichlich Meister Hm 290 Das ist ein bisschen 280 Gott Ganz schön teuer Aber Das ist es wohl wert Gut Ich zahle dir Was du haben willst Ich übernehme Den Auftrag Mit Ertrunkenen Hatte ich schon oft zu tun Es ist bald vorbei Mein Wort drauf Ah ok Main Quest Marker Erstmal Und danach habe ich Das Gefühl Wenn wir uns mit Zeitquests Beschäftigen Wir haben schon wieder So viel Glück Und die nächste Her damit Tut mir leid Du willst Geld Ich hab genug Worum geht's Mein Schiff ist beim letzten Sturm Auf die Felsen aufgelaufen Ich hab alles verloren Wie soll ich dir da helfen Ich hab nicht mal das Geld Für die Heimreise Und mit jedem Tag Verspätung Bin ich näher am Bankrott Hm Ich hätte mir denken können Dass es um Geld geht Willst du also einen Kredit Oder Almosen Ich werde es dir Bis auf den letzten Kopper Zurückzahlen Ich schwöre Du musst mich nur in Novigrad besuchen Okay Gut Ich helfe dir Ich bin oft genug In Novigrad Da komm ich mal vorbei Und schaue Wie deine Geschäfte laufen Danke Du findest mich Im Hafenviertel Johann Bona Heiß ich Bis dann also Ich bin mir nicht sicher Aber 150 Kronen Ist nicht so schlimm Sprach der Der nicht mal 50 Oder 30 Für die Theaterkarte Ausgeben wollte Ist das geil Doppelmoral bei mir Jan Bist du da? Oh Sieht irgendwie aus Wie zum Vikinger Beerdigung Das ist aber nicht Jan Das musst du dich tun, Kind Ich weiß Ich möchte es aber Okay Kennen wir uns Keine Ahnung Wie grausam So ein junges Mädchen Irrer sollte es sein Die geht Sie haben ihr Bett länger geteilt Stehen Das ist ihre Entscheidung Alter Die Frau opfert sich einfach mit Wow 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das sieht schon besser aus. Heute erwarten ihn unsere glorreichen Ahnen. Gemeinsam werden sie auf Beutejagd gehen. Sie werden im Lagerfeuer die Großtaten aus vergangenen Zeiten rühmen. Vorerst bleibt er in unseren Herzen. Doch eines Tages werden auch wir gemeinsam mit ihm aufs Meer hinaus segeln. Das wird ein guter Tag sein. Du kanntest Bran? Ja. Er war ein geachteter Mann. Anders als seine Frau. Die Clans sind es, die Skellige ausmachen. In Kriegszeiten kämpfen sie Seite an Seite unter dem Banner ihres Königs. Wir haben Bran lebewohl gesagt. Zeit, seinen Nachfolger zu kören, der uns zum Sieg gegen die Schwarzen führen wird. Die Tore von Kehrt Rolde stehen allen offen. Die Bran vom Clan Türsek ihre Treue schworen. Und es gibt genug Meht und Fleisch für alle. Während des Leichenschmauses werden jene vortreten, die meinen, ein würdiger Nachfolger zu sein. Kommst du mit mir zum Leichenschmaus? Gern. Die feste ins Gällige. So berechenbar. Sabbernde, besoffene, großspurige Angeberei und dadurch unvermeidbare Schlägereien. Ja, ganz anders als die Bankette der Magier. Erinnerst du dich an das auf Tarnit? Du warst da. Wie könnte ich es vergessen? Ich erinnere mich auch noch ganz genau daran, was nach dem Bankett passiert ist. Liest du schon wieder meine Gedanken? Hm. Außerdem mag ich, was ich da sehe. Oh, die beiden sind super. Hast du was in Wehlen herausgefunden? Oh mein Gott, das wird, glaube ich, noch ein langes Gespräch. Ich finde tatsächlich, da ich jetzt gerade für die Ostertage vorproduzieren muss, da ich nicht da bin über die Tage, werden wir dann hier mal in die nächste Folge überrutschen. Ist ein guter Punkt innerhalb des Gespräches und ich gehe mal davon aus, dass nächste Folge dann auch noch sehr hatziehenlastig werden könnte. Ist nur so ein Gefühl. Ich lasse mich mal überraschen. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.